Eine Stadt vor unserer Zeit. Vergangene Zeiten? Sie lebten in unserer Stadt. Unsere Nachbarn. Nur im Gestern. Die Faulenstraße im Jahr 1930. Das Gute und das Böse. Es ist alles noch da. Denn wir können uns erinnern. 1959. Werftarbeit auf dem Bremer Vulkan. Dank der Weser, 70 Kilometer von der Küste entfernt, ein Welthafen. Die AG Weser im Sommer 1939. Große Hafenrundfahrt auf 8 Millimeter Film. Vorbei an der Getreideanlage geht es in den Überseehafen. Das Hafenhaus am Kopf des Hafenbeckens. Platzmangel. Im Päckchen müssen die Frachter zehn Jahre nach Kriegsende liegen. Mächtig auf 35 Millimeter Film. Schwimmkran Athlet. Und Hafen geschehen auf 16 Millimeter Film 1959. Kaffeeumschlag im Holz- und Fabrikenhafen. 9. Juli 1959 an der Kolumbus-Kaie. Die TS Bremen auf ihrer Jungfernfahrt. Bremen vor zwei, drei Generationen. Zum bewegten Leben erweckt aus farbigen Filmen. Musik 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 Musik